Hi Leute, ich bin Frithausch Lippau und willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Ja, bevor wir die ganze Zeit anfangen, öffne ich erstmal eine Truhe und ich mach mal den Ton leiser. So. Schick. Kobold. Oh nein, jetzt mach ich bisschen mehr. Bombe. Yay. Okay, mein Nett, das ist okay. Was ist noch eine? Okay. Gold. Yay. Yeah. Okay, ich wollte nur was ansprechen und zwar, ganz kurz, der YOLO hat jetzt ein Video hochgeladen, also der Skyplayer YouTube. Und ihr könnt mal bei ihm vorbeischauen, ihr geht einfach bei meinem Kanal auf Kanäle und da seht ihr Klopffischer und da ist der Skyplayer MCPVP. Oh, und ich habe eine gute. Wow. Wow. Mehr nett. Äh, der YOLO hat übrigens gesagt, ja, du hast ein Scheiß Deck, ich weiß, ich kenne mich damit aber nicht aus. So. Höre, der YOLO hat ja das Geld, ne? Ja, ich habe ja das Geld, ne? Pfeile, machen wir auch. Geil, oh. Ich kämpfe mal. Oh nein, die Koboldstation. Gut, wir fangen an mit... Haben wir nicht einen Riese? Kacke. Ich tue mal eine Litte auch hin. Ah, ist auch Level viel. Tue mal ein Riese hin, der macht ihr eh platt. Hoffentlich. Ich mache jetzt noch eine Skelett-Armee. So. Okay. Oh, die teilen sich auf. Ist ja geil. Komm. Oh nein. Oh, den Pekka. Ah. Ach du Scheiße, der ist ja gleich tot. Äh, okay. Ritter Level 4 versus Ritter Level 4. Wer wird gewinnen? Okay, seiner Scheiße. Ich werde auch verlieren. Äh, meine Bomber sind tot. Okay, perfekt. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, deshalb setze ich einfach irgendwas. Ach du Scheiße. So, ich muss erst einen Punkt machen. Ist mir egal, was ich machen muss. Ich könnte das sogar noch schaffen, Leute. So, noch den Feuerball. Oh, oh. Sehr hübsch. Ich glaube, den bekommen wir. Nicht. Okay. Genau, alle dahin, damit wir noch den Punkt bekommen. Jawohl. Du kriegst mein nicht mehr. Das kannst du vergessen. Okay, es geht noch weiter. Ich habe das gerade nur nicht realisiert. Ja, okay, Scheiße. Als ob ich jetzt verloren habe. Das ist auch noch eine Runde. Okay. Äh, wir machen Pekka. Was hat der jetzt gemacht? Und Skelettarmee. Als ob der so viel Schaden macht, der Bombertyp. Ich gehe schon direkt auf Angriff. Perfekt, aller Perfekt, ne? Äh, es war gerade Ironie. Oh. Habe schon einen Punkt gemacht. Sehr geil. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, ich würde, ich glaube, ich besiege den. Okay. Geh jetzt mal auf den König. Hö, der macht Lash-Schaden. Ich glaube, der ist auch so gut wie ich, ne? Also, schlecht. Komm, wir gehen auf den König. Ich helfe dem mal ein bisschen. Easy. Nicht schlecht. Ich bekomme eine Silbertruhe. Später. Spiege ich gerade nochmal. Das macht ja jetzt richtig Spaß. Ja, der, ich bin jetzt da und scheiße. Ha. Kommt. Machst du. Komm. Ich glaube, den Punkt bekomme ich noch. Bäm. Und? Scheiße, Skelett-Armee, los. Hol dir den Punkt. Hol dir den Punkt. Hol dir den Punkt. Scheiße. So, noch da hinten hin klatschen. Komm, da hinten, das ist noch 160. Jawohl. Ich hab noch ne Chance. So, jetzt gibt's noch ne K.O.-Runde. Ich muss die gut machen. So, jetzt bin ich am Zug, mein Freund. Jetzt bin ich am Zug. Eis. Wow. So. Ist mir egal. Noch eine K.O.-Runde. Okay, komm, 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 komm. Schaffen die. Okay, der macht auch Feuerball-Aktion. Ich hab den Punkt. Ich wett gewinnen. Hoffentlich. Ja. Jawohl. Gutes Spiel. Jawohl. So. So. Jetzt hab ich nämlich oben die Kronentruhe. Öffnen. Okay. 156 Gold. Das ist ganz schön fehlend. Juwelen. Okay. Kobold. Okay. Oh. Koboldhütte. Walküre. Leute, Walküre. Gut, jetzt hab ich nämlich mein neues Deck. Das mach ich mir jetzt. So. Die will ich eintauschen gegen die, weil die sind irgendwie doof. Bogenschütz. Ich mach mal hier die Walküre. Ne. Musketierten. Ich kann's hier aussprechen. So. Mhm. Was ist eine Koboldhütte? Ich weiß es nicht. Äh. Sperrkobold. Ich lass es mal. So, hab ich mir jetzt noch ein Tonplätze voll, was? Versteh nicht. Oh. 4, 7, 8. Dummer Zug, würd ich sagen. Hab jetzt OP-Sachen gespawnt. Oh, da kam neid mal hin, lol. So. Ich fahr schon mal mein PC hoch, Leute. Das Video muss ich gleich schneiden. Sorry, falls es jetzt irgendwie eklig ist, vom Sound her. Was ist das für ein Teil? Was zum Teufel macht der für einen Schaden? Zum Henker. Das gibt's jetzt nicht. Du Scheiße. Oh, es hat kurz geleckt. Was, ob die so schnell zählen? Nein. Schade. Ja, danke, Leute, fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Ja, es war diesmal ein bisschen kurz. Ich hab nicht die ganze Zeit hier rumgeguckt und was und auch immer. Sondern, ja. Ab Level 3. Dann, danke, Leute, fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bla, bla, bla. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.